So hallo, da haben wir noch was ganz besonderes, was ganz leckeres, da haben wir ein Fahrzeug aus Indien, der ist jetzt praktisch gestern hier angeliefert worden, der muss da durch den Zoll, das war ein riesen Ding, das sind wir alles nicht gewöhnt, aber man hat es halt dann trotzdem gemacht, der Kunde ist schon etwas älter und der möchte den Wagen komplett restauriert haben. Also dann kann man schon sagen, das ist ja jetzt eine kleine Herausforderung, die 129er komplett zu richten, der hat sehr viele Mängel, hat auch einen schlechten Lack, ist innen verbraucht, Zentralverriegelung geht nicht mehr und also lauter Dinge, die nicht mehr funktionieren, weil da ist das Antennegummi, wo da fällt, das kleinste und noch nicht gedacht, ja machen wir das halt mal. Das Ding aus Indien, jetzt nehmen wir es mal nächste Woche rein, dann kann man es ja mal von unten, von innen nochmal anschauen, aber ja, 129er, dann sagt der eine oder andere, lohnt sich das denn überhaupt, aber ich kann jetzt, die Zusammenhänge kenne ich nicht, der möchte den Wagen wohl behalten, möchte hier auch Geld investieren. Vielleicht aber, dass den gerade auf der falschen Seite hat, aber das gehört, das gehört wahrscheinlich in Indien zu, gell, also sieht man nicht, spiegelt. Also, Dankeschön mal.